Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Minicraft Chaos! Jetzt hier zusammen mit den anderen nach der Gamescom, mit den anderen Bobs, mit Eudems, mit Jan und Gimpel. Wie geht es euch? Hallöchen! Hallöchen! Ich muss los! Leute, wisst ihr, was wir vergessen haben? Katzen, weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben eine besondere Regel vergessen, auf der ersten Stapte zu bringen. Nein! Nein, Leute, es gab eine Regel. Wer stirbt, bekommt eine Strafe von den anderen auferlegt. Ah! Erinnerst du die noch? Gut. Das bedeutet, so was zum Beispiel wie eine Strafe, so was weiß ich, du musst zwischen, wir haben, was wir damals hatten, zum Beispiel, nach jedem Wort musst du Wurst sagen, das heißt, ich Wurst, muss Wurst, jedes Wurst, mal Wurst, nach Wurst, jeden Wurst. Nein, da fehlt ein Wurst. Ja, leck mich! Ja, dein Wurst gefehlt. So, dann haben wir das zum Beispiel so, kack oder was weiß ich, man muss eine Folge lang, Sklave für wen, anders spielen und so weiter und so fort. Haben wir gemacht, war ganz witzig, dann hör auf zufrieden, sonst hau ich dich um, Alter. Äh, so laut, ne, du kleiner Kusser. Ich geh mir eine andere Rüstung rein. Ja, die Rüstung ist aber nicht dumm, also die können wir schon noch gebrauchen, deswegen komm einfach mit. So, das führen wir jetzt auf diese Folge ein, habe ich jetzt einfach entschieden, äh, spontan. Wir gehen jetzt aber los, aber wir wollen eine neue Dimension suchen, Leute. Hier so eine Dimension, eine Pocket Dimension suchen wir jetzt, ähm, weil die werden ja irgendwo hier hoffentlich vorhanden sein, deswegen kommt Jan und Gimpel jetzt mit hier und unterstützt mich dabei und dann gehen wir das Ding erkunden und hoffentlich, äh, werden wir nicht verrecken. Was zum Kick ist denn mit euch los, Allah? Werden wir nicht verrecken, okay. Was ist denn, was ist denn mit all der ADL-Speider oder was, Allah? Unglima, was ist denn los mit ihr? Digga. Muss fucking los, Allah. Richtiger Beyblade, man. Kann nicht töten, trifft ihr nicht. Allah, warum sterben die denn, Allah? Warum sind die denn so stark, Allah? Der Lied hat den bestimmt. Oh, der hat auch zwar noch noch acoustic hat. You're nice, Alter, geh ihm. Haua. Babyspinnern 120 AP, was ist Musik los, Allah. Holy fucking shit, Allah. So, haben wir easy. Hier haben wir eine der Insel, da können wir hier... spuck etwas glück aller können wir hier eine sehr nette der menschen wenn ihr so eine tür sieht ne so eine eisentür leute in sagt bescheid fuck off mir fällt gerade ein das bringt uns gar nichts warum nicht das bringt uns gar nicht weil wir die ja nicht benutzt wenn ich einmal benutzt wurde dann ist sie ja weg wir müssen ja der menschle door basteln haben wir eine enderpearl hast du eine dabei easy aller nice mitnehmen nicht verschwenden den kümmern ist gerade sparen kümmern wer ist er denn er ist kimpel den haben wir schon seit der ersten folge dabei nicht töten oder warte mal hier sind noch mehr ich bitte mal ein bau der hat den getroffen das hat der rede gebracht doch ein wie süßen titeln ja dass sie was überstehen wie live war süß als katze mit etwas glück bauen die dinge hier bauen die gedösel so süße sachen geben diabetes kinder wenn ich habe ich den gehabt m oder m ist das hier ein dungeon und war denn hier nie das ist alles gesicht aber dafür jetzt nicht so nett ne ich auch nicht sind auch gemisalte aufhören das zu sagen welche taste habe ich das gab in meiner m so sie einmal gedrückt oder die doch nicht gedrückt halten vorbeißen die präzter nicht gerade das ist ein chameleon aller wo bist du denn hier unten leuui wie geil ist das denn färbt sich um hier jetzt ist grün gleich wenn es auf steinen läuft alles erst in meinem leben kaktuseis gesehen wo ist hier ein chameleon hier lasse auf den boden alle kamaleon und ich kann mal leon komm mal leon komm mal hier komm leon gut 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 leon komm gut 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 wo sind die älterin weiß ich nicht keine ahnung der ollie da bin hier aller wo wir da hinten zur insel und sponge pad place water absorb water sink on water wenn eigentlich das richtig sinnvoll gewesen haben wir gerade einen hätten uns vor rufsäcke gemacht das wäre wirklich mal eine intelligenz gewesen ich habe eine intelligenz emerald emeralds haben wir ein paar aber ja ist cool wir kümmern dann backpacks grafen weisert einer ja moment dann kriegen wir die sachen vielleicht unterwegs zusammen backpacks mit truhe wolle leder danach mit eisen plus truhe danach mit gold plus truhe danach mit diamond plus zwei truhe ja danke katze danke für die info ja das aber bitte ich finde das übrigens interessant dass early jetzt seit 759 millionen jahren minecraft spielt inklusive minecraft mod packs und immer noch nicht not enough items benutzt weiß jemand wie mein backpack craftet schwimmen wäre die schwimmen kann ich nicht mehr gemütlich gucken ohne unter zu gehen doch lernen einfach zu schielen dann geht das das funktioniert nicht wie das funktioniert nicht du kriegst auch anders aussehen hin dann schaffst du auch schielen wie war deine gamescom erzähl mir meine gamescom war mega geil mann ist einfach an mir vorbeigelaufen war ja junge der geruch der war echt heftig mann meiner krass ja das ist auch eine lebewesen wo genau hast du mich denn getroffen dass ich so gestunken habe hinter alle acht nein da an den zäunen haben wir uns nicht das goldenes chicken aller wo bin ich wo bin ich an dir vorbeigelaufen katze du bist an mir vorbeigelaufen ja aber wo alle 7 echt ja und wann hat denn am mittwoch warum sprichst du mich nicht an ich hab dich gesucht man ich hab doch gesagt dass ich dich nicht ansprech du sagst du triffst mich auf der gamescom ich sag das sehen wir ich stehe zu meinem wort das muss schicht dran sein mann das ist ja schicht oh ok das mag mich nicht mit seinem mtv logo fake auf der kappe krass an dem tag an was mtv logo fake auf seiner kappe rmw oder wie das ding hieß hast du glaubt sogar auf dem dass ich photoshoppt an die kappe ne ich hatte ein element cap auf und dann hatte ich hatte nur meine element cap auf was ist denn der element cap das hat fängt die an elemente zu bändigen der avatar junge ist eine marke element echt wusste ich nicht ja ich bin ein bisschen was du nicht bist eine skater marke skater marke warum haben skater mit dem marken früher hatten die skateboards ach du scheiße was ist los was ist denn die sieht aus nach am blanchon nur eins aller was ist denn die aller feiner was ist denn die aller monster spawner lol net auf jeden fall hat noch in einem rollt jan könnte erstmal ins den aller was ist denn da hier bin da nun aller was könnte ich bin ich bin noch nach oben nach gipfel gönnt sie aller ja ich muss mir das mal was machen gleich sterbe ich wieder ey das wäre ja völlig neu ich bin auch leute bei den zuschauern ich bin anfänger an mein club ich hab das vor acht jahren gespielt dann habe ich Hogwarts gebaut also ist er veteran ach ja na dann kannst du nicht sagen ich bin anfänger ich hab das spiel seit acht jahren das ist ja schon an zu lügen hier das ist ja nicht nett vor acht jahren habe ich das zuletzt gespielt mein ich das durchbräuch echt so lange ich dachte wir hatten neulich das aufgenommen leute ihr habt ein problem ich hab ein backpack gefunden ja easy dann pack da early das problem rein ja wirklich ein problem langsam hier aller rein slime suffocated in walls slow clap jan ja ich komme warum lacht der so der brain slime ist gestorben erli wo bist du er hat mich bekannt erli what the fuck warte denn erli ja ah da bist du ne das stimmt wo golden carrot was ist das hier alles goldene geraden sind geil alle wir fliegen hier schon wieder rum da sorry dass sie hatten der loot schiff ist das das zeugt drin aller muss los ne muss los ok wohin das ist doch riesig ehh sie kriegen halt gar nicht die vier ne was habe ich hier toolpack oh, oreback was ist das denn alles da sind orecks drin und in der toolpack sind tools drin ich hab drei stück, das vier stück davon der mann aufkost für inventar platz ich habe mir granaten weil die bist du immer noch unten ich bin hier aller ich habe eine geheime chess gefunden aller hier oben gehören mir aber nicht wenn du so gefunden hast wenn es so behindert ich habe meine goldene karotte jetzt eingesetzt obwohl ich volles leben hat goldene karotte ist auch einfach nur ein gutes food das hätte dir keinen zusatzeffekt gegeben ich glaube nachts hier war ein eisenschild alter hier eisenhose gönn euch alle das stimmt der jan war ja zu inkompetent mir willst du mal ganz kurz deinen backpack droppen dann kann ich mal ganz kurz ein bisschen shitlos werden ja das habe ich ich habe nicht ich habe das gefunden ich dachte das ist okay okay ja gut kann wir mal aufwärts drin was haben wir denn hier das iron nugget sehr gut braucht kein mensch kohle auch kein mensch gilded shovel auch kein mensch gibt es irgendwie so ein knopfdruck wo ich was trocken kann oder muss ich mal rausziehen kuh oder steuerung um den ganzen stack rauszuwerfen geil geil bei ihr drogen schmeißt aber blazburg aller ich weiß gerne was das ist hat geben will einfach nicht nötig so weit kommen wir gast träne kommen wir jetzt auch nicht brauchen blaze bett das meint ich nicht gut rein aller was ist denn hier los aller was ist denn hier an lud aller aber auch immer mal muss mein bogen in aller hätte auch guten bogen muss der hins noch eine perle jan wo bist du denn aller ich weiß es nicht hier gehen wir kommen das ist jan in den natschel alle ja den kannst du aufziehen das auf jeden fall besser als einer was ist denn das hier aller springt erstmal rein scheiß egal ob es giftig ist oder nicht ich kenne nur ich kenne nur stein baum axt pick axt und schaufel pick axt kenne ich auch jan wo bist du denn aller ich weiß es nicht also hier sind hier ist ein raum oh gp 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 hier geht weiter du oh gott aller ich habe sieben witherskeletten köpfe dinger gefunden cool was damit können wir schon mal zwei wither bauen oh das war klatsch alter 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 record back brauchen wir nicht brauchen wir brauchen wir nicht brauchen wir nicht bootback kann ich nicht mehr mitnehmen lol das hat gut funktioniert au nee 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 nicht töten warum eigentlich nicht weil ich gefühle habe ja und Schweinchen babe auch trotzdem schmeckt das gut und schmeiße weg hier geht weiter early sponge pet mitnehmen early nimm doch die pets bitte mit alle what the fuck ich brauche ich brauche keinen mann im notfall gibt es jan der hat ein voll er hat ein inventar dann soll der sachen wegschmeißen ne der ist ja weg der ist ja verschollen der jung der jung ist verschollen aber ich habe voll viel ich habe goldäpfel ich habe enderperlen emeralds ich habe skelette köpfdinger ich habe loot ich frage mich ob sie irgendwo sowas wie ein gebrauchen ne ey das sind ganz viele truhen ja und auch ganz viele spawner sind hier die kannst du übrigens abbauen ne das weißt du glaube ich naja ich weiß ja dann gehe ich mal hier rein ich habe keine fackel dann mache ich das so dann nehme ich mal die fackel hier einmal mit und sehen hier kommt ein scheiß gold flying fish aller der geht mit jump boost der landet bei mir aber instant ja dann aber nur 20 sekunden oder willst du ihn wirklich haben es fischi hallo gib ja gut was lass ich denn stattdessen hier komm ja dann kannst du ihn zurücklassen na dem brauche ich keiner ja eben ich habe voll den guten loot ja den loot kannst du mitbringen deswegen ist auch der einzige grund warum wir dich wieder zurücklassen auch gefühle ja das ist das problem wie mache ich denn am besten ein äh dungeon ding kaputt was ist ein dungeon ding äh monster äh spawner kann entweder abbauen oder einfach an alle seiten beziehungsweise an fünf sichtbare seiten ich würde eine fackel setzen und kein feuer aber wenn du brandstiften gehen willst kannst du auch machen was der hingehen will ey ich komm zu dir hier sind zu viele so viele kisten gerade bei mir gewesen wo du jetzt einfach irgendwo anders hin aber wir sind auch packig auf dem map dahinten was los bei euch wo seid ihr ich habe einen loot chest gefunden aller muss los wo ist das denn hier ein bisschen ne großfleisch kann sie alle wieder wegschmeißen habe ich nicht ich habe doch da hier ach nee ich wollte gerade sagen gibt man eine weg weg er war aufgelöst dass wir doch keine weg weg gefunden haben jetzt gehen wir gerade aus early jetzt links ich habe ich schon wir haben weiteren traveler gefunden cool wir haben was ist hier denn los pumpkin pie ist der steht aller aber ich weiß ja schon der schritt was sowas angeht da mit aller muss los komm ich lass mal ganz oder hier sechs gold aller bücher ohne ende ich weiß gar nicht wo hin damit die hat also die ja mal tausende von älter oder tausende von äpfel hier wie viele von den travelern wollen jetzt noch auf einmal in unser haus rein wir müssen bald miete verlangen wir haben drei travel aber auch lange noch mal wieder alle alle ohne scheiße gut ich bin mir ein stück deiner nase oder ich bringe dich um er geht einfach ins haus ohne schette was mir helfen die kommen in jans zimmer ich teile mein zimmer nicht mit denen okay die bekommen jans zimmer ja ich komm ich höre es explodieren seid ihr da natürlich sind die da jetzt könnte auch dieser troll sein wenn es einen boss gibt habe ich glaube ich das ist nur so ein troll oder ja bei mir jan ist das so ein troll so ein großer der so ein villager head zombie head auf hat ja ja das ist ein ganz normaler mob den kannst du anbringen habe ich schon hier in der gegend gehabt wird er diese rip und wird bringen aber ich habe aber kein platz mehr die zeit ja leute ich würde sagen wir sind zum ende angekommen alle aber weil das ist was geht die nur ab leute das mega dann das gefällt mir weil die mobs nicht so mega übertrieben stark sind ich lasse einfach mal fix hier nimmt stattdessen die bones mit und sie die alten nur wieder finden ja wir sind weiter lassen wir würden uns sehr freuen wenn wir sagen leute denken dass ihr eingeschaltet habt hau darin bis zur nächsten folge mini kraft chaos damit kerze ich wollte gerade palui sagen aber der ist ja gar nicht dabei der bobo ne den würden wir hören die kreis ja 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 Outro